Wunderbar, heisst dem Herrn, guten Morgen, guten Morgen ihr Lieben, herzlich willkommen im Obergemach. Amen, ihr seid alle heute Morgen in einem Obersaal, heisst dem Herrn. Und ich freue mich echt, wir sind gespannt, was der Herr mit uns vorhat in den nächsten Wochen, weil im Dezember vom vergangenen Jahr, also gegen Jahresende, hatte ich einfach immer wieder den Eindruck, dass wir als erste Serie hier bei uns, diese neue Serie beginnen sollten, Leben im Obergemach, Upper Room, das ist das englische Wort. Das Wort Obergemach ist Upper Room und ich möchte, dass wir heute zusammen diesen Obersaal kennenlernen, weil es ist dieser Saal, wo Jesus sich mit seinen Jüngern traf und wo die Jünger versammelt waren und es ist der Ort, wo die Gemeinde gegründet wurde. Dieser Obersaal, dieses Obergemach ist ein signifikanter Ort für jede Kirche, für jede Church, für jede Gemeinde. Dort hat alles begonnen, dort hat es ihren Ursprung und alles, was wir heute als Kirche verstehen, ist eigentlich im Obergemach geboren worden. Ist es nicht wunderbar, dass wir auf eine Reise zusammengehen und miteinander uns dort hinleiten lassen, wo alles begann. Und du weisst, es hat dort nicht begonnen, weil es einfach dort vor 2000 Jahren war. Es hat dort begonnen und gibt heute uns tiefen Einblick in ganz tiefe geistliche Dinge, geistliche Goldstücke, die heute so wichtig und für uns relevant sind. Und diese Serie, diese Message-Serie, Leben im Obergemach, ist ein Theologie-Changer. Das ist ein Theologie-Changer. Das heisst, das verändert unsere ganze Theologie. Und ich freue mich echt, mit euch das teilen zu können. Denn die Jünger trafen sich an diesem Ort. Und dieser Ort ist auch heute noch der Ort, wo wir uns treffen. Jede Gemeinde ist ein Obergemach. Amen. Es spielt gar keine Rolle, von welcher Denomination. Ob es Pfingstler sind, Baptisten, Methodisten. Nein, nein, nein. Wir alle sind dort entstanden, im Obergemach. Okay? So, dieser Obersaal, dieses Obergemach. Und dieses Bild habe ich bekommen. Ihr seht das Bild, das wir hier dafür kreiert haben. Dieses Bild habe ich bekommen im Dezember. Und ich habe im Dezember dieses Bild schon entworfen. Nicht wirklich wissend, ob das dann auch an der Reihe ist. Aber wir haben in den letzten Wochen wirklich gespürt, doch, das ist die richtige Direction. Und ich habe euch ein paar Bilder auch noch mitgebracht. Als ich vor einigen Jahren in Israel war, waren wir in diesem Obersaal. Und ich habe selber Fotos gemacht. Und ich werde euch dann diese noch zeigen, wie das ausgesehen haben könnte. Natürlich ist es nicht der Originalort, aber es ist ein gutes Bild davon, wie es in der damaligen Zeit war. Die Gemeinde, die Church und die Jünger, die sind nicht im Tempel entstanden. Sie hätten ja vor 2000 Jahren in der damaligen Zeit, nachdem Jesus aufgefahren ist, Christi Himmelfahrt. Hätten sie ja in den Tempel gehen können. Aber ich denke, dort wären sie nicht so willkommen gewesen. Also die Gemeinde ist nicht im Tempel in Jerusalem geboren. Die Gemeinde ist nicht im Tempel entstanden, sondern in einem separaten, neuen, anderen Haus. Dort ist die Gemeinde entstanden. Völlig ausserhalb des Tempels. Der Obersaal ist viel mehr als ein Raum. Der Obersaal oder dieses Obergemach, und wir werden in die Bibelstellen in einem Moment hineinsteigen, wo du sehen wirst, wo das überall anzutreffen ist in der Bibel. Dieser Obersaal ist vor allem ein geistlicher Ort. Okay? Hast du gewusst, dass wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen und uns treffen, dann treffen wir uns zwar hier bei uns in diesem Dom, aber das soll ein geistlicher Ort sein. Ein Ort, wo wir Geistliches erleben, wo wir Geistliches empfangen. Und dieses Haus, dieses Obergemach ist ein geistlicher Ort. Es ist nicht nur ein Haus, ein Versammlungsort oder eine Versammlungsstätte, denn es soll für uns alle und schon in der damaligen Zeit ein Ort der Begegnung werden. Halleluja! Denn in diesem Obersaal begegnen sie Gott. Und das ist so spannend und das ist so interessant. Aber zuallererst möchte ich euch anhand von Apostelgeschichte 1, und wir gehen zu dieser Stelle hier, Verse 13 bis 14, die Situation erklären. Es heisst hier, und als sie hineinkamen, das heisst, sie waren dabei bei der Himmelfahrt Jesus, sie haben gesehen, wie Jesus aufgenommen wurde in den Himmel, Christi Himmelfahrt, und sie kamen zurück in den Obersaal und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in dieses Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Das war also kein neuer Ort für sie, sie kannten diesen Ort. Nämlich Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus, Thomas, interessant, wer da alles dabei ist. Sogar der ungläubige Thomas, der letztes Mal Jesus verpasst hat, ist jetzt mit dabei. Also wenn du letzten Sonntag verpasst hast, den Herrn verpasst hast, komm einfach in den nächsten Sonntag Gottesdienst. So hat das Thomas gehandhabt. Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, Herr Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flirrend zusammen mit den Frauen. Frauen dürfen in den Gottesdienst. Das war nicht überall so. Und dann wird ja noch erwähnt, und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern, die einst ungläubig waren, sind jetzt auch dabei. All die sind da an diesem selben Ort versammelt. Und das ist eben dieser Ort, der, so heisst, Obergemacht. Obersaal, Obergemacht, Upper Room. Das ist alles dasselbe. Jetzt, dieser Satz hier, deswegen habe ich ihn gelb gemacht, wo sie sich aufzuhalten pflegten, hat eine weitreichendere Bedeutung. Und die volle Bedeutung dieses Verses habe ich in einer anderen Übersetzung gefunden. Und ich möchte euch diese Übersetzung zeigen. Wir gehen also einfach noch in Vers 13 hinein, die neue Genfer Übersetzung. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den grossen Raum im Obergeschoss, das ist der Obersaal, jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammen kamen. So, hier haben wir eine interessante Situation. Wir haben hier die Situation von, dieser Ort ist ihnen bekannt, weil Jesus sich mit ihnen schon dort traf. Und dieser Ort wird auch von jetzt an der Ort sein und bleiben, wo sie sich weiterhin treffen. Der Ort wurde durch Jesus ihnen gewiesen und jetzt bleiben sie dort. Ist das nicht ein wunderbares Bild von dem, dass, wenn der Herr dich irgendwo hinsendet, dann tut er das nicht einfach nur für einen kurzen Moment, sondern er sendet dich, um zu bleiben. So verhinderst du es, Gemeindehüpfer zu werden. Okay? Du bist kein Kaninchen. Wir sind vom Geist geführte Menschen. Und wenn der Herr uns führt irgendwo hin, dann ist das nicht für zwei Monate, wenn er dich in eine Gemeinde führt, an einen Ort, in einen wunderbaren Dienst führt, ist das nicht für zwei Monate, sondern er führt dich dorthin, wo sie von jetzt an ständig zusammenkommen. In diesem Obergemach sehen wir so viele geistliche Wahrheiten und es wird unsere Theologie wirklich verändern. Es ist ein Theologie-Changer, wenn wir das Obergemach verstehen. Was für eine illustre Gruppe von Gläubigen. Okay, die Männer sind da, die Säulen der Gemeinde sind da, die Frauen, die Mutter von Jesus war dabei, die Brüder. Trotz all ihrer Verschiedenheiten, trotz all ihrer Diversitäten sozusagen, ist Einmütigkeit vorhanden, wenn sie zusammenkommt zum Gebet und nicht zum Brainstorming. In der Gemeinde kommt man nicht zum Brainstorming zusammen. In der Gemeinde kommt man zusammen, um einmütig zusammen zu sein. Im Gebet kommt diese Einmut. Und jetzt möchte ich dir hier etwas vorlesen und nachher das ganz kurz hier auf dem Bildschirm noch etwas besser illustrieren. Aber lass mich dir das vorlesen. Das Obergemach ist ihr Ort. Es ist ihr Platz. Das gehört ihnen. Dort ist ihr Ort. Ihr Platz. Jesus nahm in diesem Obersaal das letzte Abendmahl mit den Jüngern. Das ist der Ort des letzten Abendmahls, dem Passamahl. Dort wäscht Jesus in diesem Obersaal den Jüngern die Füsse. Es ist der Ort, wo er seine berühmte Rede an die Jünger hält. Vom Heiligen Geist, vom Gebet und von der Liebe. Johannes 14 bis 16. Es ist derselbe Ort, wo er den Jüngern und dem Thomas nach der Auferstehung erscheint. Das erste Mal war er ja gar nicht dabei. Hat er ihn verpasst. Aber es ist derselbe Ort. Es ist derselbe Ort, wo die Emmausjünger mit den restlichen elf Jüngern zusammenkommen und Jesus ihnen die Schriften auslegte von all dem, was sich auf ihn bezieht im Alten Testament. Das ist Lukas 24. Das ist derselbe Ort, wo er die Jünger, die elf trifft und die Emmausjünger, die gehen dann auch dorthin. Es ist alles derselbe Ort. Alles der Ort. Das war nicht Open Air. Das war im Obergemach. Dieser Obersaal ist ihr Ort, wo sie sich nach der Himmelfahrt Jesu aufhalten. Das, was wir gerade gelesen haben. Apostelgeschichte 1, 13 und 14. Nachdem sie gesehen haben, wie Jesus zum Himmel aufgefahren ist, Christi Himmelfahrt. Diesen Feiertag haben wir jedes Jahr. Gehen sie dorthin zurück. Sie gehen in, wie wir gelesen haben, zu diesem Obergemach. Es ist derselbe Ort, wo sie auf die Verheissung des Vaters warten. Auf Pfingsten. Schawot. Im Hebräischen. Es ist der Ort, derselbe Ort, wo sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wo Feuerzungen ihnen erscheinen. Ein Wind, ein Sturmwind erscheint. und auf jedes von ihnen sich legte und sie beginnen in neuen Sprachen und neuen Zungen zu beten. Es ist derselbe Ort. Es ist alles derselbe Ort. Dorthin ging Petrus in Apostelgeschichte 4, nachdem ihm, und Johannes war es, wurde vor dem Hohen Rat geboten und befohlen, ja, nicht mehr im Namen Jesus den Mund aufzutun. Sie dürfen nicht mehr reden. Sie dürfen nicht mehr predigen, sie dürfen nicht mehr reden, sie dürfen den Namen Jesus nicht mehr in den Mund nehmen. Der Hohen Rat drohte ihnen und sie hatte es ihnen verboten. Und es war der Ort, wo es heisst, und Petrus und Johannes kamen zu den Iren, nicht den Iren, sondern den Iren, zu den eigenen, wo viele beisammen waren und beteten. Das ist der Obersaal. Das ist derselbe Ort, als sie vom Hohen Rat zurückkehrten. Es ist der Ort, wo in Apostelgeschichte 12, wo Petrus, nachdem er aus dem Gefängnis, durch den Engel aus dem Gefängnis entkommt, wo die Gläubigen zusammen sind und für ihn gebetet haben. Es ist derselbe Ort. Es ist der Ort, wo gelehrt und gepredigt wurde. Und sogar bei den Missionsreisen des Paulus wird uns vom Obergemach berichtet. Das sind dann an anderen Orten, in anderen Städten, zum Beispiel in Troas. Auch da waren sie im Obergemach. Es war der Versammlungsort der Gemeinde. Meine Freunde, die Gemeinde ist unser Obersaal. Die Gemeinde lebt im Obersaal. Okay? Wir leben nicht mehr am Kreuz. Wir sind vom Kreuz, from the cross, hinübergegangen zu Pentecost. Wir sind vom Kreuz zu Pfingsten gegangen. Wir sind vom Kreuz zum Obersaal gegangen. Die Leute, die unter dem Kreuz ausharten mit Jesus, die Männer und Frauen, sind jetzt in diesem Obersaal. Das Kreuz ist nicht der Ort, wo Christen leben. Christen leben im Obergemach. Amen. Denn nachdem Jesus auferstanden ist, hat er sie nicht am Kreuz nochmals besucht, sondern in diesem Saal. So, hier, schau dir das an. Dieser Obersaal ist dasselbe Obersaal von Markus 14. Dasselbe Ort, Johannes 13, Fusswaschung. Dasselbe Ort, wo Jesus Johannes 14, 15 und 16 seine Rede hält. Dasselbe Ort, wo er erscheint nach seiner Auferstehung in Johannes 20. Dasselbe Ort, wo er ihnen die Schriften auslegt, was von ihm geschrieben steht im Alten Testament, was sich alles auf ihn bezieht. Dasselbe Ort, Apostelgeschichte 1, wo sie verblieben und warteten nach der Himmelfahrt. Dasselbe Ort, Apostelgeschichte 2, Pfingstwunder, wo sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Dasselbe Ort, Apostelgeschichte 4, wo Petrus und Johannes vom Hohen Rat kamen, zurückkamen zu den Jiren, zu ihrer Gemeinde, wo viele beisammen waren und beteten. Und dasselbe Ort, wo auch Petrus, als er aus dem Gefängnis entkam, durch eine Wunderwirkung eines Engels, dann wieder in dieses Haus ging. Es ist alles das Obergemacht. Alles im Upper Room. So, all diese Stellen hier verteilt, all diese Stellen und sehr viele Ereignisse wie in Johannes 13 die Fusswaschung unseres Herrn. All das ist im Obergemacht. Es ist nicht wunderbar, dass so viele Dinge immer am selben Ort geschehen und am selben Ort geschehen sind. So, unsere Frage ist jetzt eigentlich, wem gehörte dieser Saal? Wem gehört dieses Haus? denn, ah ja, lass mich dir das zeigen, so hat es plus minus ausgesehen. Ein Obergemacht ist ein Haus, doppelstöckig oder dreistöckig, mit einem separaten Aufgang. Und dieser Obersaal ist immer mindestens im ersten Stock. Und man muss nicht durchs Haus hindurch, das ist in Jerusalem, hier waren wir dabei, und hier geht man dorthin, wo man eigentlich das zeigen kann, wie das ausgesehen haben könnte, und man geht immer durch eine separate Treppe, durch einen separaten Eingang geht man dort hinauf. So, man muss nicht durch das Haus, die gute Stube und über die Katze stolpern, sondern man kann wirklich, man kann separat dort in diesen Teil, in diesen Hausteil rauf. Und so sieht es drinnen aus. Und das ist ein Bild, wie es ausgesehen haben könnte, weil diese Oberräume, Obergemache waren grosse Räume. Und wenn es zweistöckig war, war nur noch über ihn das Dach. Das ist der Obersaal. Okay? Und das besuchst du, wenn du in Jerusalem bist, besuchst du diesen Raum. Okay, hier unten seht ihr noch Pastor Michael Müller, verschwommen wie ein Geist. Und wir waren da zusammen, vor einigen Jahren waren wir da zusammen auf dieser Tour mit unseren Freunden. Ich glaube, das ist Joshua McCauley hier. Ja, praise the Lord. Anyway, so sieht es aus. Und ein wunderbarer Raum, das ist der Obersaal. So, wem gehört dieser Raum? Wem gehört der? Lass mich hier ganz kurz zurückgehen. Oh, schau an, jetzt müssen wir alles wieder zurück. Ui, 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 ich mache das das erste Mal so mit. Hier sehen wir, wem der Obersaal gemäss der kirchlichen Tradition nach gehörte. Und wir glauben, dass die kirchliche Tradition hier richtig lag. Okay? Apostelgeschichte 12, 12. Als ihm das klar geworden war, dass Petrus, nachdem er realisierte, wow, ein Engel hat mich jetzt aus dem Gefängnis geführt, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte. Der Mutter von Johannes Markus, mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus ist im Gefängnis, er wird gefangen gehalten, ist sich seines Lebens nicht mehr sicher. Die Gemeinde in diesem Obersaal betet und wir sehen hier, es ist das Haus der Maria und die Maria ist eben die Mutter von Johannes Markus. Jetzt, wer ist Johannes Markus? Johannes Markus ist derjenige, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das ist Johannes mit Beinamen Markus. Im Englischen sagt man John Mark. Und dieser Johannes Markus ist der Verfasser und der Autor des Markus-Evangeliums. Habe ich gesagt Markus-Evangelium oder Johannes-Evangelium? Habe ich Markus gesagt. Er ist der Verfasser des Markus-Evangeliums. Und Maria in der Bibel, hast du gewusst, in der Bibel gibt es mega viel Marias? Okay, also das ist eine von vielen Marias. Dazumals hießen fast alle Maria. Lustig, so und das ist eine der vielen Marias in der Bibel und ihr gehörte das Haus und sie war die Schwester von Barnabas. Das ist wer sie ist. Sie ist also die Schwester von Barnabas, weil das ist logisch jetzt, weil der Johannes Markus ging mit dem Barnabas auf Missionsreise. Er war einen Moment mit Paulus auf einer Missionsreise, aber da lief dann was schief und später ging er dann nur noch mit Barnabas auf die Missionsreise und dieser Barnabas kommt ja vor auch in der Apostelgeschichte und die Maria ist wie gesagt ist die Schwester von Barnabas und die Mam übrigens wenn du Mam umdrehst heisst es wow okay also umdrehen dann ist es weh und dann ist wow sag mal zu deinem Mam wow die sitzt ja wahrscheinlich gar nicht hier sag mal zu deiner Frau wow 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 so wir wissen jetzt wem dieses wunderbare schöne Haus gehört weil es ein grosses Haus ist weil es ein doppelstöckiges Haus ist und weil es ein Haus ist das von wohlhabenden Menschen im Besitz war so Wohlstand ist immer ein Zeugnis und wunderbar was wir vorher vom Pastor Michael gehört haben in der Bibel sind mehr wohlhabende Menschen sichtbar als du denkst okay viele der Frauen die Jesus unterstützten waren hyper wohlständig okay hatten viel Wohlstand Wohlstand ist ein Zeugnis für den Herrn und Armut ist ein Zeugnis für den Teufel Amen Amen Wohlstand ist ein Zeugnis für Gott Armut ist ein Zeugnis für den Teufel deswegen möchte der Herr dass alle Menschen aus Armut kommen das ist sein Wille wenn es nicht sein Wille ist sollten wir aufhören in die Mission zu sehen okay wenn Armut Gottes Wille wäre dann sollten wir alle aufhören in die Mission zu geben weil dann würden wir sonst etwas gegen Gottes Willen machen so einer der Gründe warum du solche Dinge hörst manchmal solche komische Dinge ist weil Leute dieses wunderbare Verständnis eben nicht haben wie gut Gott ist und wie groß er als Versorger in deinem Leben auftreten möchte Amen so dieser Obersaal wir wissen wo er ist wir wissen wer sich dort versammelt hat wir wissen wie viel und wie oft sie sich dort versammelt haben wem er gehörte und nochmals einfach zusammengefasst es war ihr Ort und die Gemeinde ist unser Obergemach so deswegen sagte ich am Anfang wir alle sitzen heute morgen ebenfalls in diesem Saal und vor allem war es der Ort des letzten Abendmahls oder des Passas des Herrn und ihr könnt mir Markus 14 aufschalten die Verse 13 bis 15 hier sendet Jesus zwei seine Jünger aus und er sagt zu ihnen geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen der einen Krug Wasser trägt folgt ihm nach und wo irgendwer hingeht spricht zu dem Hausherrn der Lehrer sagt wo ist mein Gastzimmer wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen mag und derselbe wird euch einen großen Obersaal zeigen mit Polstern belegt und fertig das selbst bereitet für uns Jesus sendet also seine Jünger aus und er sagt ihnen dass so findet ihr diesen Obersaal von 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 dem wir uns von dem Moment an treffen werden und hier hat es begonnen hier beginnt also diese Geschichte dieses Hauses und Jesus sagt ihnen und Jesus zeigt ihnen und da ist so viel Wahrheit in diesen zwei drei Versen ist so viel Wahrheit drin Jesus sagt geht in die Stadt und folget dem Mann mit dem Wasserkrug weisst du wir sollten immer dem Mann mit dem Wasserkrug folgen Amen wer ist der Mann mit dem Wasserkrug wer ist der Wassermann ist nicht dein Sternzeichen ist nicht das Horoskop folge nicht dem Horoskop folge dem echten Wassermann Amen was trägt dieser Wassermann einen Krug voll Wasser dieses Wasser wurde höchst wahrscheinlich benutzt damit Jesus in diesem Obersaal den Jüngern die Füsse waschen konnte so wir sollen immer dem Mann mit dem Wasserkrug folgen das ist der Heilige Geist he is Aquaman Amen Holy Spirit is Aquaman nicht Jason Momoa Holy Ghost hat die Hauptrolle er ist der Mann mit dem Wasserkrug er ist der Mensch mit dem Wasserkrug so viele wunderbare Allegorien finden wir hier drin und so wie sie ihm nachfolgen sollten würde dir Jesus und mir heute ebenfalls sagen wem du nachfolgen solltest unter dem neuen Bund ist es geistgeführtes Leben Spirit Led Life Follow the Holy Spirit denn in Galater 5 heisst es wenn du dem Geist Gottes folgst bist du nicht unter dem Gesetz Amen so follow the Holy Spirit Spirit Led Life folge diesem Mann mit dem Wasserkrug denn er führt dich dorthin weil er ist ein Spezialist im Wasser bringen der Mann mit dem Wasserkrug ist Spezialist für Wasser er ist der Wasser Punkt in deinem Leben und es ist so entscheidend auch in diesen Tagen und in diesem Leben und jetzt und in diesen Monaten und Wochen und Jahren wo wir hingehen dass wir stets gefüllt sind mit dem Heiligen Geist weil Herausforderungen kommen Ärgernisse kommen aber wer gefüllt ist mit dem Heiligen Geist kann Ärgernisse viel besser überwinden weisst du wann du Mühe hast mit Herausforderungen und Problemen und Ärgernissen weisst du wann du wirklich Mühe hast dann wenn du im Fleisch bist dann wird dein Fleisch noch mehr gereizt und wenn du im Fleisch bist und du hast fleischliche Herausforderungen dann isst du doppelt Fleisch und dann solltest du geistlich vegan werden nur geistlich dann ist Zeit dem Wassermann zu folgen Amen weil er führt dich zu frischen Wassern er führt dich immer zu den frischen Quellen Quellen der Holy Ghost ist Erfrischung wie der Eishockey Gold der Heilige Geist ist Erfrischung Amen oh was für ein Vorrecht wenn auch uns immer wieder die Füsse gewaschen werden siehst du in diesem oberen Gemach hat Jesus den Jüngern die Füsse gewaschen weisst du wir sind rein aber unsere Füsse werden von Zeit zu Zeit schmutzig weil der Staub der Welt bleibt haften aber wir brauchen kein Vollbad mehr sondern nur noch eine Fusswaschung Jesus sagte Petrus du bist schon rein du brauchst nicht nochmals eine Ganzkörper Waschung du brauchst nur eine Fusswaschung der Mann mit dem Wasserkrug hat das Wasser zur Fusswaschung wann immer wir im Obergemach sitzen und sein Wort hören denn das Wort ist ein Bad im Wort eine Dusche im Wort wann immer wir im Obergemach sitzen und Gottes Wort hören werden deine Füsse gewaschen wir waschen dir jeden Sonntag die Füsse ohne sie physisch zu waschen Gottes Wort über dich ausgesprochen Gottes Wort über dich bekennt und programmiert und du nimmst es auf und empfängst es bedeutet deine Füsse und ihr zwei braucht es wie ich sehe werden gewaschen Amen und das ist was der Mann hat er hat das Wasser für diese Fusswaschung beim letzten Abendmahl denn bevor Jesus das Mahl nimmt wascht er den Jüngern die Füsse ist es nicht wunderbar so wo geschieht die Fusswaschung im Obergemach jeden Sonntag werden uns die Füsse gewaschen durch den Wassermann wenn die wenn die Predigt vom Geist inspiriert ist ist der Mann mit dem Wasserkrug involviert Amen wenn es einfach ein Muss ist oder ein Register ist das wir ziehen oh ja das 1979 das haben sie schon lange nicht mehr gehört dann ist es eine Registerpredigt okay aber wir wollen den Mann involviert haben den Krug nutzen den er für uns ins Obergemach bringt jeden Sonntag ist der Heilige Geist da und bringt uns frisches Wasser Amen every Sunday Halleluja deswegen ist es so gut einfach sich zu versammeln in diesem wunderbaren Obergemach siehst du Jesus sagt ihnen wie sie das Obergemach finden und das ist ein anderer Punkt wie findest du den richtigen Obersaal weil das war nicht der einzige in Jerusalem da gab es mehrere vielleicht sogar viele wie findet man das richtige Haus wie findet man das richtige Haus siehst du wenn es darum geht den richtigen Platz zu finden im Leib Christi die richtige Church zu finden fängt es damit an dass wir den Herrn fragen wo er uns haben will Amen damit fängt es an oft ist es aber so dass ein Platz ausgesucht wird Leute suchen sich einen Platz von sich selbst aus und dann wird der Herr gefragt möchtest du mitkommen stimmt's dann wird er eingeladen mitzukommen aber es sollte eben umgekehrt sein er sollte dir zeigen wie du dein Obergemach findest er sucht unseren Platz aus nicht wir selber Amen und das ist ein Unterschied und ich glaube ich kann behaupten dass viele von euch schon die Erfahrung gemacht haben beide Erfahrungen du hast den Platz entweder selbst ausgesucht oder er wurde für dich ausgesucht wo war es besser das musst du dir selber beantworten aber er sucht unseren Platz aus und wir werden von ihm eingeladen und hier Freunde hier ist etwas ganz ganz wichtiges wirklich das ist so so wichtig dass du das verstehen musst wer die Kirche verlässt wer die Gemeinde verlässt wegen den Leuten ist nie wegen Jesus in die Kirche gegangen come on wer die Gemeinde verlässt aufgrund der Leute die dir nicht passen ging nie in diese Gemeinde wegen Jesus er ging wegen den Leuten weisst du dein Fleisch ist nie mit Gott synchronisiert never dein Fleisch ist nie synchron mit Gott bedeutet dein Fleisch ist nicht auf derselben Ebene wie Gott dein Geist your spirit ist synchronisiert mit Gott aber deine Seele deine Gefühle sind nicht synchron verstehst du was ich meine und das muss man wissen denn wenn diese Herausforderungen kommen und wenn man versteht mein Fleisch meine Gefühle meine Emotionen sind nicht synchron mit Gott oder Gottes Geist aber mein Spirit ist mein Geist ist beginnt man Dinge anders anzuschauen man beginnt Dinge anders zu sortieren und auch zu priorisieren und deswegen sagte ich du hast mit deinem Fleisch viel mehr Probleme wenn du selber im Fleisch bist wenn du erfrischt bist mit dem frischen Wasser es ist viel einfacher diese Herausforderungen zu meistern die Art und Weise wie die Jünger den Ort fanden ist bezeichnend wie die Jünger den Ort fanden wo nachher die Gemeinde geboren wird die 2000 Jahre überlebt hat welche Kultur hat 2000 Jahre überlebt welches Imperium hat 2000 Jahre überlebt welche Institution hat 2000 Jahre überlebt die Gemeinde die im Obergemach entstanden ist und die Art und Weise wie sie es gefunden haben entsprach den Gedanken Gottes und Gottes Plan so wir sehen hier drin wie man sein Gastzimmer findet wir alle sind Fremdlinge du und ich sind Fremdlinge auf dieser Erde du und ich wir sind auf der Durchreise Leben auf Erden ist wie ein Layover am Flughafen was ist ein Layover Zwischenstopp das Leben für den Christen auf dieser Erde ist ein Zwischenstopp ich fliege viel bin viel unterwegs und ich habe persönlich wenn sie zu lange sind die Layovers die Zwischenstopps dann wird es etwas mühsam aber wenn sie so zwei drei Stunden sind sie optimal dann hast du genügend Zeit für die Transition von einem Terminal zum anderen Amen hast du genug Zeit und kannst den Flughafen geniessen okay einige Flughäfen habe ich bemerkt sind brandneu andere sind uralt und so ein drei Stunden Layover das ist optimal aber unser christliches Leben weil wir Fremdlinge sind auf dieser Erde wir haben nämlich eine himmlische Behausung die ist für uns vorbereitet das ist unser wahrer Ort das ist die Stadt die wir suchen wie Abraham unsere himmlische Behausung ist dort wo es hingeht Amen dort geht es hin dort gehst du und ich hin und wir haben nur einen Zwischenstopp hier Amen also dieser Zwischenstopp preist dem Herrn finde die richtige Lounge der Herr möchte dass du in der richtigen Lounge bist und dass du im richtigen Gästezimmer bist und in diesem Gästezimmer Halleluja hat er einen Platz für dich der bereitet ist mit Polstern belegt bequem wo du dich hinlegen kannst der parat ist mit Essen und mit Trinken der fertig ist das christliche Leben beginnt beim Fertig du bist fertig weißt was das bedeutet der Herr hat dich von Neuem zur neuen Schöpfung zur neuen Kreatur fertig gemacht das ist was es bedeutet und wenn wer den Unterschied zwischen Geist Seele und Leib nicht kennt hat immer Mühe zu verstehen mag mich Gott mag er mich nicht bin ich gut genug müsste ich noch mehr machen wenn du das nicht verstehst spirit soul und body fühlst du dich nie fertig also fertig im richtigen Sinn weißt was ich meine ich kann ihn nicht fertig machen heute morgen richtig fertig einfach du bist fertig you're finished nein du bist fertig nicht finished du bist nicht zu Ende du bist komplett hier ist das Wort du bist komplett das meine ich mit fertig nicht finished you're over game over nein der Herr hat dich fertig gemacht weil dieser obersaal die gemeinde ist komplett eingerichtet deswegen möchte er dass du dein gästezimmer findest und dass du das gästezimmer hast denn dieses gästezimmer ist für dich parat und eingerichtet Gott hat so viele wunderbare Dinge im Leben für jeden einzelnen gläubigen Christen vorbereitet aber das heisst nicht automatisch dass sie sie auch erfahren wenn sie nicht im Gästezimmer sind come on das ändert unsere Theologie wenn sie nicht im Gästezimmer sind dann verpassen sie so vieles so vieles hier sind so viele wunderbare Wahrheiten die wir einfach herausschälen können der Mann mit dem Wasserkrug wird dich zum Gästezimmer führen weil wir nur vor übergehende Gäste und Freundling auf dieser Erde sind unsere Behausung ist im Himmel dort ist unsere Behausung und trotzdem hat er eine Herberge für uns geplant Amen siehst du fertig das Obergemach Ladies and Gentlemen das Obergemach ist ein Ruheort the Church die Gemeinde ist ein Platz der Ruhe des Ruhens des Festens das was wir singen Amen des Wiederhergestellt Werdens des Wieder sich richtig Ausrichtens auf die neue Woche es ist ein Ruheort es ist die Gemeinde das Obergemach Jesus sandte seine Jünger um den Ort vorzubereiten aber der war ja schon ausgelegt mit allem was sie brauchten sie mussten nur noch und ähnlich so ist es mit den Diensten die bereitgestellt werden müssen damit du singen kannst damit du hören kannst damit du sehen kannst damit wir Licht haben und nicht alle mit dem Handy okay es braucht nur noch die Jünger die ihre Hälfte Hand bieten aber der Ort ist fertig it's ready und vor allem es ist ein Ort die Gemeinde ist wie das Obergemach ein Ort was machte Jesus dort mit ihnen was war die Absicht das letzte Abendmahl die Gemeinde ist ein Ort von Essen und Trinken Amen die Gemeinde ist der Ort wo gegessen und getrunken wird wo das Abendmahl genommen wird wo der Tisch reichlich gedeckt ist wo Speise da ist wo geistliche Nahrung da ist wo das Wort uns ernährt wie das tägliche Brot that's the church das ist das Obergemach Halleluja und dort setzt man sich hin und man liegt am Tisch sogar Polstermöbel niedrige Tische und Kissen haben in der Bibel eine Bedeutung jedes Kissen in der Bibel hat eine Bedeutung jedes Polstermöbel hat eine Bedeutung das Obergemach ist einfach fertig der Pfingsttag ist fertig alles eingerichtet das Obergemach ist nicht ein Ort den Menschen entwerfen müssen selbst einrichten müssen oder selbst bauen müssen es ist ein Ort der fertig ist wir füllen ihn nur noch Halleluja und dann ist dieses Obergemach Ladies and Gentlemen dieses Obergemach ist der Geburtsort der Gemeinde kannst du mir Lukas geben Lukas 24 und Vers 49 Jesus sagt zum Schluss von Lukas 24 siehe ich sende auf euch die Verheissung meines Vaters ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe er sagt wartet bis Pfingsten denn dann kommt die Kraft auf euch auf euch das war im Obersaal im Obersaal warteten sie auf die Verheissung die vom Himmel kam auf die Verheissung des Vaters und sie waren in diesem Obersaal am Pfingsttag wo diese Preis dem Herrn Verheissung auf sie kam und wo die Gemeinde geboren wurde der Obersaal ist der Gebärsaal der Church dort wohnten die Jünger und sie warteten auf Gottes Geist so sie kamen hinüber zu Pentecost das ist Pfingsten und dort ist fertig Pfingsten ist wir tun nicht mehr aus unserer eigenen Kraft heraus etwas versuchen auf die Beine zu stellen wir hören auf den Herrn und das was er uns zeigt und sagt das machen wir nicht die Ideen die wir haben so wenn Menschen unter dem Kreuz leben dann ist es für sie oftmals einfach ein Ort des ständigen Bussetuns das immer wieder Recht werden vor Gott immer wieder zum Kreuz gehen des sich ständigen Selbst Prüfens das ist ein Kreuz für viele Menschen und für viele Christen Realität aber Freunde ich sage dir am Pfingsttag hinüber zu gehen from the cross to Pentecost vom Kreuz zu Pfingsten ist ein riesiger Schritt wo wir in den gepolsterten und hergerichteten Obersaal gehen und es fertig ist denn in diesem Obergemach am Pfingsten da ist Wind da ist Feuer da ist Licht Amen Feuerzungen there is fire of the Holy Spirit da ist Wind der Wind weht wie der Heilige Geist da ist Licht die Offenbarung des Herrn die Offenbarung von Jeschua im Obergemach hat er ihm die Schriften aufgetan die Schriften geöffnet wo je auf jeder Seite im Alten Testament er zu finden ist auf zu finden ist und was über ihn geschrieben steht Halleluja so in the church da ist Feuer da ist Wind da ist Licht Amen da werden wir im Fach da werden wir im Brand gesetzt da werden wir erfrischt Halleluja da bekommen wir Einsicht da entscheidend es sich welchen Platz wir im messianischen Friedensreich einnehmen werden und uns übergeben wird es ist der Versammlungsort der Gemeinde schau dir das an in Apostelgeschichte 20 Vers 7 bis 9 Apostelgeschichte 20 7 bis 9 und das ist jetzt ein anderes Ober gemacht das ist in Troas Paulus ist hier unterwegs auf einer seiner Missionsreisen am ersten Tag der Woche aber als die Jünger versammelt waren was ist der erste Tag der Woche genau Sonntag der erste Tag der Woche im hebräischen Denken ist Sonntag ist nicht der Sabbat der erste Tag der Woche ist immer der Sonntag als die Jünger versammelt waren um das Brot zu brechen unterredete sich Paulus mit ihnen da er am folgenden Tag abreisen wollte und er dehnte seine eigentlich müsste hier stehen Predigt bis Mitternacht aus ok also seine Predigt oder seine Lehreinheit dehnte sich bis Mitternacht aus es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal wo sie versammelt waren siehst du wo war selbst in Troas weit weg von Jerusalem versammelten sie sich im Obersaal das war ein anderer Obersaal ausser Maria hatte ein Ferienhaus da I don't know aber das war sicher ein anderer Zweitwohnung oder aber es war ebenfalls ein Obersaal Vers 9 ein junger Mann ein junger Mann namens Eutychus sass am Fenster der sank in einen tiefen Schlaf während Paulus weiterredete Amen fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab siehst du da ist das obergemacht im dritten Stock nicht im zweiten deswegen sagte ich doppelstöckig oder dreistöckig vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben im obergemach ist an schlafen nicht zu denken du könntest dein Leben verlieren ich weiss es ist schön im Gottesdienst zu schlafen und ich habe eine angenehme Stimme ich weiss es um darunter einzuschlafen betreibt er Hypnose nein er betreibt Hyperentinchano Amen aber an Schlafen ist nicht zu denken in der Gemeinde Amen und es sollte auch nicht so sein dass man am Sonntag ausschläft weil der erste Tag der Woche ist wichtig Amen Pastor thank you Pastor good preaching good preaching Amen Halleluja Hey die Gemeinde ist nicht da um zu schlafen die Gemeinde ist nicht da um zu schlafen die Gemeinde ist da um zu wirken let's wake up Amen was passierte dann mit dem Armen haben sie ihn begraben haben sie ihn begraben nein haben sie nicht Dank der Güte Gottes passiert dem Obergemach ein Wunder Amen aber der Mann preist dem Herrn ist leider vom Schlaf überwältigt worden weil es war die letzte Nacht von Paul und 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 der letzte meistens ist es so der letzte Gottesdienst seiner Konferenz der dauert er dauert und 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 der Junge schlief ein und er fiel aus dem Sims aber weisst du was die Gemeinde ist da um zu wirken und die Gemeinde sollte kein Bild von Eutychus sein die einschläft Nein die Gemeinde soll dynamisch sein die Gemeinde soll leben die Gemeinde soll vielfältig sein in der Gemeinde soll Expansion herrschen Amen die Gemeinde soll sich immer weiter ausdehnen verbreitern und erneuern die Gemeinde ist keine Schlaftablette So hier sehen wir dass aufgrund des Obersaals wo sie sich trafen uns eigentlich so wie durch die Blume gesagt wird Hey Church Wake up Don't sleep Amen Schlaf nicht ein Im Obergemach ist keine Zeit und an Schlafen nicht zu denken So das hebräische Wort für diesen Obersaal ist Aliyah das ist das hebräische Wort Aliyah und es bedeutet Aufgang das ist was es bedeutet so Aliyah bedeutet Aufgang kommt vom hebräischen Wort Allah und das nicht zu verwechseln mit dem arabischen Wort aber das bedeutet simpel heraufziehen hinaufziehen oder Aufgang ja es bedeutet sogar Opfern dieses Grundwort und was es dann alles in sich auch mitträgt Opfern und es ist der Ort wo Priester gemacht werden denn dort bringen sie ihre geistlichen Opfer dar im Obergemach Halleluja als Christen leben wir oben nicht unten wir leben im Aufstieg ständigen Aufstieg vom Rise to Expand wir leben im nicht beim Untergang wir leben beim Aufgang das ist wo wir leben die Gemeinde das Obergemach ist das sogenannte Aliyah sie ist der Aufgang wir sind gegen oben ausgerichtet Halleluja und zum Schluss was passiert in diesem Obersaal was passiert in diesem Obersaal wir lernen das Obergemach kennen und das ist der erste Gottesdienst um es kennenzulernen und dann schauen wir hinein noch mehr was dieses Obergemach uns alles zeigt aber was passiert eigentlich wirklich dort im Obergemach ich sage dir was dort ich zeige dir was dort passiert in diesem Obergemach Johannes 20 Vers 19 schau dir das an Johannes 20 und Vers 19 als es nun an jenem Tag dem welcher Tag ersten Tag der Woche wo waren sie im Obersaal Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furt vor den Juden da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach Friede sei mit euch Jesus kommt einfach durch die Wände und er sagt Peace Batsche er kommt und er sagt Friede sei mit euch und wo sind sie sie sind aus Furcht vor den Juden vor der religiösen Leiterschaft der damaligen Zeit es ist nicht Sabbat es ist nicht Freitagabend es ist nicht Samstag es ist der erste Tag in der Woche es ist Sonntag am Sonntag sind sie im Obergemach und Jesus kommt und sagt Friede sei mit euch nicht alle waren dabei aber preis dem Herrn schau dir das an nächster Vers Vers 26 Vers 26 und nach acht Tagen nach acht Tagen wiederum am Sonntag waren seine Jünger wiederum drinnen wo ist das drinnen im Obergemach und Thomas war jetzt dabei jetzt sind alle dabei da kommt Jesus als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht dieselben Worte Friede sei mit euch Amen Friede sei mit euch und Jesus ist schon wieder mitten im Raum aber Thomas war jetzt dabei wiederum am Sonntag und es war wieder im Obersaal so was passiert in Obersälen der Obersaal ist ein Ort für übernatürliche Begegnungen es ist ein Ort wo wir übernatürlich unserem Herrn begegnen es ist sogar der Ort wie hier wo sie Jesus nach der Auferstehung begegnen denn das ist nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung es ist der Begegnungsort für übernatürliche Treffen Amen und dann haben wir schon gelesen dass im Obersaal hat Jesus ihnen die Schriften ausgelegt wir haben es nicht gelesen ich habe es gesagt hier ist die Stelle das ist dasselbe Ort Lukas 24 44 bis 45 das ist dasselbe Ort er aber sagte ihnen das sind die Worte die ich zu euch geredet habe als ich noch bei euch war dass alles erfüllt werden muss was im Gesetz Mose in den Propheten in den Psalmen von mir sagt Jesus geschrieben steht da öffnet er ihnen das Verständnis damit sie die Schriften verstanden das passiert im Obersaal der Obersaal ist ein Ort wo die Offenbarung des Herrn vorhanden ist und wo die Offenbarung und die Erkenntnis und die Weisheiten und die Tiefe der Weisheit Gottes nie ausgeht nie aufhört die Gemeinde ist kein Ort wo wir Motivationstraining bekommen und wo wir Sonntag für Sonntag hören wie du die nächste Woche überlebst die Gemeinde ist nicht ein Ort für Motivationsseminare die Gemeinde ist ein Ort für die Offenbarung des Herrn eröffnet ihnen das Verständnis damit sie die Schriften verstanden ist das nicht wunderbar wie grossartig sie dem Herrn auf übernatürliche Weise begegneten deswegen ist es wichtig man hat immer zwei Elemente man hat die übernatürlichen Begegnungen mit dem Heiligen Geist und man hat die übernatürliche Begegnung im Wort beides ist supernatural und beides hat selben Stellenwert das Wort ist das Fundament natürlich für alles aber es ist genauso übernatürliche Begegnung wenn wir die Weisheiten Gottes aus seinem Wort empfangen durch den Mann mit dem Wasserkrug welcher der Heilige Geist ist und zum Schluss I like it schau dir das an Apostelgeschichte 9 Vers 36 bis 41 in Jope aber war eine Jüngerin namens Tabitha was übersetzt Gazelle heisst diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit die sie übte das war keine arme Frau so vergisst das Bild von der Armut der Bibel dass in der Bibel nur arme Leute sind diese Frau ist keine arme Frau es geschah in jenen Tagen dass sie krank wurde und sie starb und man wusch sie und man legte sie wohin? ins Obergemach weil aber Lüdie nahe bei Jope liegt und die Jünger gehört hatten dass Petrus dort war sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn nicht zu zögern und zu ihm zu kommen nächste Vers da stand Petrus auf und ging mit ihnen und als er angekommen war führten sie ihn ins Obergemach warum legt man einen Toten macht sich die Mühe noch den Toten hochzutragen sagen wir in den dritten Stock jetzt ist die Zeit für nach unten zu gehen warum machen sie sich die Mühe sie noch hochzutragen an alle sind lebend lebend vor im Obergemach wird Totes lebendig Amen that stuff comes alive Totes wird neu Totes wird erneuert Totes wird lebendig gemacht Totes wird lebend für das ist das Obergemach die Gemeinde die Gemeinde ist da um Totes lebendig zu machen Amen all die Autorität all die Vollmacht ist in der Church ist in der Gemeinde das ist das was uns Paulus sagt im Epheser im zweiten und im dritten Kapitel all the wisdom all die Geheimnisse alle Autorität ist in der Gemeinde oh preis dem Herr Obergemach bedeutet Jesus ist aufgefahren und er sitzt jetzt er sitzt er steht nicht mehr als hoher Priester ist er aufgefahren und er sitzt zu Rechten des Vaters deswegen ist es das Obergemach wo die Gemeinde geboren wurde sie wurde nicht im Erdgeschoss geboren sie wurde nicht im Keller geboren sie wurde nicht im Untergeschoss geboren sie wurde nicht unterirdisch geboren sie wurde oben im Obergemach im zweiten und im dritten Stock geboren weil dort ist Jesus oben sitzt er zu Rechten des Vaters und er will dich mit ihm haben am selben Ort Amen so that's the church Halleluja im Obergemach freunde passieren passieren Wunder Amen Miracles happen in diesem Obergemach Amen deswegen lasst uns zusammen aufstehen hey hey you have a song habt ihr einen song ok let's go let's sing the whole band let's sing a song im Obergemach ist der Ort ist der Ort wo sich der Herr zeigt wo er sich offenbart wo die Erkenntnis Gottes ist wo Wunder geschehen wo der Herr ist wo Todes lebendig wird wo Gottes Führung ist wo dein Gasthaus und Gästezimmer ist wo du jetzt schon einen Vorgeschmack hast für das was kommt Amen Geistgeführte Church ist der Vorgeschmack des Himmels Tote Kirche ist ein Abriss der Hölle aber Church Alive Gemeinde lebendig ist ein Teaser des Himmels Amen es ist so wunderbar jetzt schon mit dem Herrn unterwegs zu sein in diesem Obergemach und ihn dort zu erfahren Amen Herzlich Willkommen liebe Online Community wir sind zum zweiten Mal in diesem Setup für mich zum ersten Mal mit Pastor Samuel äh Pastor Erich Entschuldigung letztes Mal war Pastor Samuel genau genau wie ich schon angekündigt habe in der Begrüßung werden wir das Koffien Chat etwas kürzen und zwar um eine Viertelstunde je nach Länge der oder je nach Fragen die kommen oder je nach Thema werden wir das schon auch länger machen auf eine halbe Stunde aber damit ihr das wisst wir haben einfach festgestellt es kommen eher wenig Fragen nur zu bestimmten Themen kommen viele Fragen und wir möchten auch wirklich dass unsere Pastoren Zeit vor Ort für die Leute haben darum einerseits nur noch mit einem Pastor und andererseits wirklich etwas kürzer damit wirklich unsere Pastoren diese Zeit für die Leute vor Ort haben und wir haben ja noch Sonntagabend Live Church Interaktiv genau und Live Church Interaktiv die sonst für Fragen genutzt wird genau die wird rege genutzt also das ist wirklich auch ein Fenster wo ihr noch habt wo ihr Fragen stellen könnt und auch hier für Coffee und Chat dürft ihr natürlich weiterhin Fragen stellen zur Predigt jetzt auch wirklich zum Obergemach ich möchte auch gar nicht mehr lange drum rum reden sondern gleich nochmals in die Message rein wir haben heute ganz viel vom Obergemach gehört so die erste Serie für mich war es das erste Mal dass ich überhaupt so zum Obergemach eine Message gehört habe ich weiß nicht vielleicht ist es den Leuten zu Hause auch so gegangen aber mir war es nie so richtig bewusst was das eigentlich ist und warum so viele Prediger immer finden ja das Obergemach das ist was ganz Besonderes und ich glaube so langsam verstehe ich da ein bisschen was da haben ganz viele ich sage dem mal Schlüsselsituationen und das waren so Schlüsselerlebnisse die vielleicht auch die Jünger da hatten ja kann man so sagen denke ich diese Schlüsselsituationen die für uns heute wichtig sind und ich bin ehrlich ich meine ich habe auch das Obergemach so nicht gekannt und auch jetzt im Studium zu verstehen dass all diese verschiedenen Begebenheiten wie Fusswaschung letztes Abendmahl Pfingsten etc. nach der Himmelfahrt und 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 Abschlussrede Jesu 14, 15, 16 Johannes Evangelium da kommen wir ja erst noch dazu dass es alles dort stattgefunden hat also ein besonderer Ort ein ganz besonderer Ort und also für mich nach dieser Message jetzt heute ist es so ein bisschen habe ich so ein bisschen das Gefühl es ist ein es ist ja ein Abbild für die Gemeinde oder also es ist einerseits der Geburtsort der Geburtssaal wie du das gesagt hast für die Gemeinde kann man jetzt auch hingehen und sagen alles was da geschehen ist all diese Vorkommnisse die zeigen uns auch wie eine Gemeinde aufgebaut sein sollte oder gibt es sind das auch Schattenbilder die wir vielleicht auf die Gemeinde übertragen können auf jeden Fall auf jeden Fall dass man da sehr viel drin sieht und dass das geistliche Element wie die Gemeinde aufgebaut werden soll ist da drin und natürlich heute sind wir 2000 Jahre später heute haben wir noch mit anderen Dingen zu tun juristisch etc. etc. finanziell aber im Geistlichen ist das eigentlich der Aufbau es ist der Ort für Begegnungen mit Gott das ist der Ort wo Priester sich da kommen wir dann nächstes Mal dazu wo Priester entstehen oder mit dem mit das was wir jetzt auch gesungen haben am Schluss das Lied für mich war ganz anders ja es war es war auch wirklich anders es war anders die Atmosphäre war ganz anders zu Anfang wo Todes lebendig wird all dieses geistliche Element ist da drin im Obergemacht und das ist ein Vorbild für die Gemeinde absolut genau ich fand es auch ganz schön oder sehr spannend auch anzuschauen ja irgendwem musste dieses Obergemacht ja gehört haben also und auch da diese das hat für mich jetzt heute auch super schön gepasst mit dem was Pastor Michael zu Beginn gesagt hat dass eben Wohlstand für uns Christen gedacht ist und für die Gemeinde gedacht ist weil ohne den Wohlstand diesen Überfluss könnte könnte die Gemeinde gar nicht sein und das ist ja das haben wir jetzt heute auch gesehen oder es war der Wohlstand dieser Frau dieser Maria die es überhaupt ermöglicht hat einen Raum für die Gemeinde bereitzustellen ja genau auf jeden Fall und eingerichtet und vorbereitet und parat fertig und genau es war nicht einfach ein leerer Raum sondern da mussten noch Kissen hin da mussten noch Essen hin und 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 also das war nicht ja also das hat das habe ich auch wirklich ganz ganz spannende Sache gefunden noch interessant ist zu sehen dass ja Jesus hatte ja die 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 Leute die ihm nachfolgten gemäss Lukas 8 haben ihn viele Frauen unterstützt weil das Abendmahl mussten sie kaufen und deswegen hat er die Jünger geschickt aber die Couch war da die Kissen war da genau und aber dass die Elemente und das Brot und einfach das Abendessen sozusagen also das Abendmahl das mussten sie kaufen und das hat er aus dem Support wo wir in Lukas 8 sehen wo wir auch viele wohlhabende Frauen unterstützt haben in der Apostelgeschichte Frauen die waren Purpurhändlerinnen so die sind die sind sehr sehr wohlhabend und auch angesehen gewesen zu der Zeit oder? Ja ganz genau und wir haben auch gesehen eben du hast es schon angesprochen es war der Ort eigentlich ist es der Ursprung des Obergemachs kommt vom Passer vom letzten Passer hat es begonnen dort sieht man dort tritt eigentlich das Obergemach zum ersten Mal auf genau im Neuen Testament gibt es ein vorher sehen wir das schon im Alten Testament ja absolut also das Alte Testament ist voll vom hebräischen Wort Aliyah okay das heisst also im Alten Testament hast du ganz ganz viel auch Obergemach wo sehr viel Verbindung auch ist zu alttestamentlichen Geschichten und mit dem Neuen Bund mit dem Neuen Testament bekommt es natürlich eine ganz andere wie soll ich sagen eine ganz andere Seite es wird Neuen Testament oder es wird es wird New Covenant tauglich und natürlich als Geburtsort der Gemeinde weil sie konnten eben nicht im Tempel entstehen die Gemeinde die konnte nicht im Tempel können wir da noch ganz kurz nochmals darauf eingehen kannst du das nochmals kurz ein Resümee machen warum das nicht sein konnte dass die Gemeinde eben im Tempel entsteht weil das wäre ja eigentlich ich sage jetzt mal etwas Logisches dass es im Tempel irgendwo entstehen müsste genau weil dort waren sie nicht mehr willkommen weil der Hohe Rat hat ihnen ja geboten dass sie nicht mehr predigen und lehren dürfen okay und der Hohe Rat hat ihnen komplett eigentlich Redeverbot gegeben das heisst also auch dass sie nicht mehr auftauchen durften im Tempel und dort reden Jesus ging ja in die Tempel und hat gesprochen und das war natürlich alles vorbei also das heisst die Gemeinde wurde nicht im Tempel geboren das wäre dann auch am Sabbat gewesen sonst war ja immer am ersten Tag der Woche waren sie versammelt am Tag des Herrn das ist der Sonntag und ja das ist ein anderer Ort das Haus kann ist es denn ich sage jetzt mal geistlich gesehen wäre das ein Ort der wie sagt man des Gesetzes der Tempel oder ist auch das mit ein Grund warum eben die Gemeinde nicht dort entstehen konnte ja absolut ist interessant das Obergemach ist in Jerusalem wie der Tempel auf dem Berg Zion auf dem Zionsberg es gibt den Ölberg und auf der anderen Seite des Ölbergs ist der Zionsberg Berg Zion jetzt am Berg Sinai wurde das Gesetz gegeben aber auf dem Zionsberg am Berg Zion ist die Gemeinde entstanden genau und bei Sinai als das Gesetz gegeben wurde und der Tempel ist natürlich ein Repräsentant für das Gesetz Gottes es sind 3000 gestorben und nachher wurden durch das das im Obergemach versammelt wurden und den Pfingsten erlebt haben wurden 3000 gerettet wow also auch nochmals hier ein Grund eben warum die Gemeinde im Obergemach entstehen musste es musste es durfte gar nicht im Tempel nicht unmöglich ein neuer Bund genau es wird etwas ganz Neues das ist eine interessante Frage die du jetzt stellst zu dem kommen wir nächsten Sonntag diese Zeit im Obergemach ist Transition vom Alten in den Neuen Bund und auch die Lehren Jesu Johannes 14 15 16 Liebe Heiliger Geist Gebet das ist alles von einer Dissensation in die Neue hinein es ist ein Transition ein Übergang vom Mose zum Neuen Bund vom Gesetz vom Alten Bund zum Neuen Bund also das Obergemach ist die Transition also sehr sehr spannend ich habe mir noch einige Sachen nochmals rausgepickt so für mich so die Nuggets du hast gesagt oder es ist so Jesus hat ihnen gesagt wie sie das richtige Obergemach finden das heißt wirklich du hast gesagt wir sollen Jesus fragen welche Gemeinde in welcher Gemeinde ist unser Platz das bekommen wir auch ganz oft von euch zu Hause zu hören wenn ihr und wenn ihr am Anfang seid und vielleicht zum ersten Mal uns hört oder sie seht drei vier Mal mal reingeschaltet habt kommen ab und zu die Fragen ja ich bin aber noch in der Gemeinde und wie entscheide ich mich jetzt es fand ich so gut dass du das wieder dass du das gesagt hast dass wir wirklich wissen dürfen hey wir sind von Jesus Jesus zeigt uns wo unsere Gemeinde ist genau wo unser Zuhause ist wo unser Obergemach ist und auch wie er das macht eben der Heilige Geist der Mann mit dem Wasserkrug das war so gut einfach wirklich hier auch wieder dieses Spirit Led das sagen wir den Leuten auch immer wenn diese Frage kommt ja lass dich vom Geist führen und jetzt haben wir wirklich eine so schöne Stelle ja wo er das wirklich auf seinen Jüngern sagt absolut und diese Stelle ist so grossartig als ich das erkannte und mir die Augen aufgegangen sind das Wasser wurde höchstwahrscheinlich wirklich weil der hat sie dann dorthin geführt und das war das Wasser was sie ihm abgekauft haben für die Fusswaschung also sie mussten ja den Wein das Brot das Wasser das mussten sie alles haben und das war ein Wasserhändler es war ein Wassermann und das ist ein Bild für den Heiligen Geist absolut weil am Pfingsten dann auch die Gemeinde am selben Ort ja entstanden ist also sie ist für den Heiligen Geist durch das letzte Abendmahl durch dann die letzte Rede von Jesus zu den Jüngern in diesem Obergemach bis zum Pfingsten Holy Spirit Holy Spirit genau also da ist eigentlich schon auch also man sieht ihn einfach schon von Anfang an also von Anfang an sieht man wie der Heilige Geist wirklich die Gemeinde entstehen lässt ja genau weil er war ja der Teil mit drin er hat sie ja entstehen lassen also absolut absolut ja das heisst auch die Gemeinde ohne den Heiligen Geist das ist keine lebendige Gemeinde kann keine lebendige Gemeinde sein oder genau da muss man vielleicht einfach zur Klarstellung sagen alle haben den Heiligen Geist aber das bedeutet nicht dass gleich automatisch alle auch die Erfüllung oder die Taufe mit dem Heiligen Geist haben weil da machen wir ja einen Unterschied also von neuem geboren zu sein bedeutet ich habe den Geist durch die Wiedergeburt erhalten aber wir sehen ja am Pfingsten die Geistestaufe die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das ist halt nochmal so eine andere Ebene auch für uns mit dem Sprachengebet und alle sind zwar aus Geist geboren aber nicht alle haben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in dem Sinn wie wir sie als Pfingstler betrachten und glauben und das ist schon sehr kraftvoll weil Petrus war ja auch erfüllt mit dem Heiligen Geist und da wurde Todes lebendig Tabitha genau und das haben wir zum Schluss ja noch gesehen um alles so ein bisschen rund abzurunden du hast das heute auch mehrmals gesagt auch mehrere Sachen genannt wofür die Gemeinde eben ein Ort ist oder was für ein Ort die Gemeinde eben ist und sie ist wirklich ich habe versucht mir alles aufzuschreiben was du gesagt hast also es ist nicht unbedingt vollständig aber ich hoffe ich habe alles gekriegt also die Gemeinde ist ein Ort der Ruhe des Festes der Ausrichtung ein Ort des Essens und Trinkens also der Versorgung in der Gemeinde ist Feuer Wind und Licht spricht Heiliger Geist Amen preach it genau und es ist der Ort der übernatürlichen Begegnung und Offenbarung Jesu und auch der Ort wo Todes lebendig wird das haben wir wirklich zum Schluss nochmals gehört komplett genau und ich glaube das ist wirklich ich glaube wirklich wenn wir die Gemeinde anfangen als diesen Ort zu sehen ist es nochmals ganz anders in die Gemeinde zu kommen am Sonntag am Livestream zu sein dann kommt man mit einer anderen Erwartungshaltung total so wie es Pastor Samuel vor etwa ein oder zwei Wochen gesagt hat wenn ich als Priester in den Gottesdienst komme und nicht mehr als Samuel ändert da schon mal sehr vieles und das ist das was wir uns drin sehen dürfen in all dem was du jetzt aufgezählt hast da sind wir mittendrin im Obergemacht im Obersaal da leben wir das ist der Ort unser Ort der Versammlung wie dazumals das ist so wie und du hast es am Anfang gesagt das ist das Vorbild das geistliche Vorbild der Gemeinde ist hier ablesbar und dann gibt es natürlich eben noch die individuellen Strukturen wo uns auch freigelassen ist wie viele Älteste haben wir wie viele Pastoren haben wir etc aber das geistliche ist alles das geistliche ist eigentlich hier drin das ist das Vorbild sehr schön genau ich glaube wir sind mit der Zeit mit der kürzeren Zeit schon rum aber ich bin ganz ganz gespannt schon auf nächste Woche was wir da noch alles auspacken werden ich möchte noch ganz kurz fragen weisst du schon wie viele Teile diese Serie haben wird oder ist das noch unsicher ich denke jetzt mal mindestens drei maximal wahrscheinlich sechs sieben zwischen drei zwischen drei und sieben zwischen drei und opening sehr schön ja aber drei sicher also drei vier sicher ja denke ich schon super also da kommt noch einiges auf uns zu da bin ich ganz ganz gespannt und ich wünsche euch einfach zu Hause dass ihr da wirklich mit all dem vollgepackten Koffer den wir heute mitbekommen haben in die Woche starten könnt und dass es auch für euch jetzt wirklich etwas anderes ist am Livestream zu sein mit diesem Hintergrundwissen was wir jetzt haben über das Obergemach über die Gemeinde ich freue mich auf die kommende Woche auf die nächste Message über das Obergemach und wünsche euch eine tolle Zeit bis dahin wir sehen uns wieder bis dann bye bis dann 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 Vielen Dank.